Chiara hat große Erwartungen. Kilian hofft auf eine erneute Finanzspritze. Chiara geht mit großen Erwartungen in das Interview zu ihrer Beziehung mit Ava. Die Trainerin fokussiert erneut auf ihre traditionellen Prioritäten, indem sie ihre Karriere über ihre romantischen Beziehungen stellt. Nach mehreren Rückschlägen schöpft Kilian neue Hoffnung auf eine Finanzspritze. Kampfeslustig holt er zum Schlag gegen Maximilian aus. 2. 1. 2. 3. Wauw! 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 Wauw!